Ja klar, wo ist die denn? Und wenn du hier lang gehst, stellst du dir einfach kurz die Fallen hin und verpisst mich. Ja, ganz genau. Du musst einfach nur Shift drücken. Und dann... Instant in ihrem Gesicht explodieren lassen. Oh shit, sie nimmt den ordentlichen Weg, oder? Nein, 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 warte, du musst weiter da bleiben. Ja, jetzt hast du verkackt. Jetzt hast du sie falsch gebaitet. Das hat sie wahrscheinlich nicht gehört. Kleb die Mine an die Decke. Oh lol. LOL Hallo, hier ist Johnny! Das war nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.